Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo zu einem kommenden Livestream. An meiner Seite ist, wie so häufig und immer wieder mal, oh hell. Grüß Sie, wo? Guten Tag. War das jetzt gerade eben die Sächsische Schweiz? Ja, das war die Sächsische Schweiz. Okay, ja, aber um die geht es jetzt gerade eben gar nicht. Morgen ist wieder Dienstag und Dienstag ist wieder Livestream. Und letzte Woche ist er ja mehr oder weniger ausgefallen. Allerdings, es war nur World of Tanks, das ausgefallen ist. Es gab halt was anderes bei mir. Genau, und ich habe ja am Mittwoch gestreamt. Das ist ja nicht komplett ausgefallen. Genau, also wir haben es verschoben, also umdisponiert. Aber morgen ist Dienstag und damit ist jetzt wieder ganz, ganz regulär ab 20 Uhr World of Tanks angesagt mit dem lieben O'Hare. Genau, mit mir, aber auf dem Kanal von Mr. Möp. Also wer das Video bei mir sieht, der Link zum Stream, zum Kanal ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns also morgen bei Mr. Möp auf dem Kanal. Genau, habe ich dir den Ball geradezu perfekt, ohne dich vorzuwarnen zugespielt. Super. Ja, wir sind doch mittlerweile eingespielt. Und du hast ihn wieder zurückgespielt, sehr schön. Alles klar, dann liebe Leute, sehen wir uns morgen. Macht's gut, tschüss. Bis morgen, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.